Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Das heutige Video wird ein Get Ready With Me. Und ich werde dabei ein bisschen mit euch quatschen über das Thema Self-Confidence, Self-Love, also Selbstliebe, Selbstbewusstsein und wie man selbstbewusster wird. Ich werde euch ein paar Tipps geben, auch für euch selber. Und dabei werde ich mich fertig machen. Ich werde so ein grünes Eyeshadow-Make-up schminken. Und ich würde sagen, ich will gar nicht mehr groß drum herum quatschen. Ich werde größtenteils Drogerie-Produkte verwenden. Ich habe mir ein Foto von Pinterest rausgesucht zu dem Eyeshadow-Look. Ich werde euch das hier einmal einblenden. Genau das werde ich dann nachschminken. Und ja, ich würde sagen, let's go, get ready with me. So, ich habe jetzt schon meine Haarspangen drin. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Make-up. Und zwar benutze ich dafür das L'Oreal Perfect Match. Ich hoffe, man sieht das jetzt ganz gut. In der Farbe 2N Vanilla. Und wir starten auch gleich damit zu quatschen. Denn ich wollte über das Thema Self-Confidence und Self-Worth mit euch sprechen. Ich mache das Make-up einmal als erstes auf meine Hand. So mischen. Mischen, mischen, mischen. Ich überlege gerade, wie ich am besten starte. Also ich glaube, ich fange erst mal an, wie ich selbstbewusster geworden bin. Bei mir hat das Ganze gestartet, glaube ich, ab der Oberstufe oder ab der 10. Klasse. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich früher sehr, sehr schüchtern. Also vor allem in der Grundschule. Als ich dann auf die weiterführende Schule gekommen bin, war es immer noch nicht so gut. Ich war immer noch sehr schüchtern. Aber es ging eigentlich. Es hat sich gebessert. In der Grundschule haben immer die Lehrer zu meinen Eltern gesagt, dass ich mich mehr melden soll und so. Aber ich war so schüchtern, dass ich mich nicht getraut habe, was zu sagen. Das Ganze ist dann dadurch, dass ich dann älter geworden bin und selbstständiger geworden bin, weggegangen. Aber am Anfang war ich wirklich sehr, sehr schüchtern. Das Ganze habe ich dann versucht zu ändern. Ich habe versucht, mich mehr im Unterricht zu melden und mehr aus mir rauszukommen. Was mir wirklich, wirklich geholfen hat, war dann, als ich 16 geworden bin. Nee, Moment, als ich 14 geworden bin. Nee. Was mir auf jeden Fall wirklich sehr geholfen hat, aus mir rauszukommen, war dann mein erster Job. Und das war für ein Fitnessstudio. Das war so ein Promo-Job, sage ich mal. Also ich musste das Fitnessstudio quasi promoten, Leute ansprechen. Ja, wenn man schüchtern ist, dann kann man keine Leute ansprechen. Und deswegen musste ich dann aus mir rauskommen, immer solche Promokarten ausfüllen für dieses Fitnessstudio. Das war halt mein erster Job. Und dadurch bin ich auch wirklich selbstständiger geworden und auch aus mir rausgekommen. Und habe auch ein besseres Selbstbewusstsein entwickelt, dadurch, dass ich offener geworden bin, mehr auf Leute zugehen konnte. Und dann kam mein zweiter Job hinzu, als ich 16 geworden bin, habe ich angefangen, in einem Klamottenladen, also in so einer kleinen Boutique, zu jobben neben der Schule. Dort habe ich dann auch so dreimal die Woche gearbeitet. Und weil das halt so eine kleine Boutique war, musste ich dort halt auch verkaufen und Leute ansprechen, beziehungsweise sie beraten. Da musste ich halt wirklich auch noch mehr, wie bei diesem Promo-Job, aus mir rauskommen und mit Leuten zusammenarbeiten, Leute ansprechen und so weiter. Was mir wirklich sehr, sehr geholfen hat und ich dadurch auch viel, viel selbstständiger geworden bin. Und auch selbstbewusster vor allem, dass ich mehr auf Menschen zugehen konnte. Das habe ich dort sehr gelernt. Und dann kam halt mein dritter Job hinzu. Den habe ich dann nebenbei gemacht, als ich in dem Einzelhandel gearbeitet habe. Ich habe angefangen zu kellnern, auch mit 16. Und habe dann angefangen, auch neben der Schule, dort zu arbeiten. Und kellnern ist ja auch ein Job, wo du sehr viel Selbstbewusstsein haben musst. Weil du musst halt auch mit den Leuten reden, mit den Gästen. Du musst gut mit denen klarkommen und so weiter. Du musst halt dort sehr selbstbewusst auftreten. Das ist genauso wie im Einzelhandel, wenn du halt Sachen verkaufen musst. Weil die Leute dich halt sonst nicht wirklich wahrnehmen oder nicht auf deine Ratschläge hören. Und wenn du Leute berätst, dann wollen die ja vielleicht auch eine Meinung von dir haben. Und wenn du dir da so unsicher bist, selber so schüchtern bist und sowas, dann klappt das halt nicht. Ich benutze jetzt den Augenlöscher-Cancealer von Maybelline. Das hat halt alles so in der 10. Klasse angefangen. Die Oberstufe über habe ich dann dort auch noch gearbeitet. Nach der Oberstufe war das dann bei mir so, dass ich angefangen habe. Nee, beziehungsweise ich habe im Einzelhandel aufgehört nach der Oberstufe. Weil es mir irgendwie keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich habe drei Jahre dort gearbeitet und irgendwie brauchte ich dann Abwechslung. Und nach der Oberstufe war ich mir eh nicht sicher, was ich machen wollte. Und bin dann die Produktion quasi gegangen. Also was ganz anderes, da brauchst du auch kein Selbstbewusstsein. Da musst du einfach nur arbeiten. Und es war halt so ein Ferienjob. Und ich wollte halt einfach nur schnell Geld verdienen. Dadurch, dass ich halt mich dazu entschlossen habe, nach dem Abitur ins Ausland zu gehen. Das war 2018. Und ich habe das dann so für mich entschieden. Ich wollte das schon immer machen. Aber dass ich das Ganze dann auch so wirklich in Angriff genommen habe, war relativ spontan. Genau nach meinem Abitur. Und im Oktober bin ich dann auch geflogen. Und zwar nach Australien. Und dort habe ich dann Work and Travel gemacht. Leute, das ist so, man kommt einfach aus seiner Comfortzone raus. Man ist ja immer so, hm, weiß nicht, immer so in seinem, alles so bequem. Und alles so irgendwie hat so seinen Lauf und sowas. Aber dort war ich dann wirklich auf mich alleine gestellt. Also das war so das erste Mal, wo ich alleine verreist bin. Ich bin alleine dorthin geflogen. Und habe dort dann neue Leute kennengelernt. Und dort musst du halt wirklich offen sein. Und auch wirklich irgendwie auf Leute zugehen und so. Damit du auch Leute kennenlernst dort. Genau. Und dieser Schritt dorthin ins Ausland zu gehen. Dort einfach irgendwie mein Ding durchzuziehen. Beziehungsweise das zu machen, worauf ich Lust habe. Das hat so echt einen großen Schritt quasi gemacht für mich. So, dass ich mir dachte, ist mir einfach egal, was irgendwie andere mir sagen. Weil viele haben mir das auch nicht ausgeredet. Aber meinten, ja, was machst du, wenn du dort keinen Job findest? Oder was machst du, wenn du, weiß ich nicht, wenn es dir dort nicht gefällt? Wie willst du direkt wieder zurückkommen? Du bist einfach so weit weg von Deutschland. Aber es war für mich so irgendwie ein Wunsch von mir. Und ich habe es dann einfach durchgezogen. Und ich bin auch wirklich froh. Es war die beste Zeit meines Lebens, kann ich euch sagen. Dass ich das getan habe. Ich bin so aus mir rausgekommen. Und ich habe dort einfach gelebt. Wisst ihr, manchmal muss man Sachen auch einfach machen. Das ist auch so ein Punkt. Weil man denkt manchmal viel zu viel daran, was eigentlich sein könnte. Oder was passieren kann. Man macht sich manchmal einfach viel zu viele Gedanken. Und ich bin dort hingeflogen und hatte halt nur eine Unterkunft gebucht für die ersten 5 Tage. Und hatte keinen Job, hatte etwas Geld mit, damit ich die ersten Wochen dort überleben kann. Und habe mir dann dort Arbeit gesucht. Und auch nach einiger Zeit, ich glaube nach 4 Wochen oder 6 Wochen, habe ich einen Job gefunden. Und das war dann halt auch wieder Kellnern, weil ich ja die Erfahrung aus Deutschland schon hatte. Das war halt auch so eine Sache, man muss sich einfach mal Sachen trauen wirklich und Sachen machen. Und ja, das war so ein springender Punkt für mich. Wo ich mir so dachte, du machst das, was dich glücklich macht. Und im Endeffekt war es wirklich das Richtige. Dort hat sich dann auch, so wie ich es mir erhofft habe, alles irgendwie hat sich ergeben. Ich habe dort Freunde gefunden. Und ich bin auch teilweise zusammen rumgereist. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung dann dort, die wir auch dort dann gefunden haben. Das war so zum Thema Unterkunft. Ich habe als erstes in so Hostels gewohnt, wie halt so Backpacker in Australien leben. Aber das verhilft einem wirklich zu mehr Selbstbewusstsein. Auch wirklich mal auf sich alleine gestellt zu sein und Sachen zu machen, von denen man so denkt, eigentlich sind die unmöglich für mich. Oder nicht unmöglich, aber irgendwie hat man Angst, diese Sachen zu tun. Ich benutze jetzt den Camouflage Matte Concealer, um zu konturieren. Das war halt so eine Sache. Also ich kann euch auf jeden Fall den Tipp geben, eins, wenn ihr halt offener werden möchtet und selbstständiger auch euer eigenes Geld zum Beispiel verdienen wollt, was auch sehr viel mit Selbstständigkeit und selbstbewusster werden, sind halt so Jobs, wo du auch wirklich auf Menschen zugehen musst. Und ich finde irgendwie, es ist auch ein schönes Gefühl für sich selber irgendwie etwas zu tun und sein eigenes Geld zu verdienen. Man lernt viel besser, mit sich selber klar zu kommen. Das steigert dann auch irgendwie das Selbstbewusstsein dadurch, dass man Erfahrungen sammelt. Und ja, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich euch raten kann, macht auch mal was für euch. Tut das, worauf ihr Lust habt und überlegt nicht so, denkt nicht so viel daran, dass ihr so viel Angst habt oder so, sondern macht es einfach. Im Endeffekt könnt ihr immer noch, es kann was schief gehen. Natürlich kann was schief gehen und es läuft auch nicht immer alles wie geplant. Aber ich meine, wenn ihr es nicht probiert, dann bleibt ihr immer da, wo ihr halt jetzt seid. Also ihr bleibt auf einem Punkt stehen. Und fürs Selbstbewusstsein muss man sich auch weiterentwickeln einfach. Und diese Entwicklung finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig. Und zum Thema Selbstliebe komme ich jetzt auch noch. Ihr müsst auch Sachen tun, damit ihr euch wohl fühlt. Mal ein bisschen Me-Time, so einen Beauty-Day für euch machen. Für die Mädels jetzt. Ihr könnt halt so Beauty-Days für euch machen. Fühlt euch an eurem Körper wohl. Macht das, was Self-Care mäßig, was euch gefällt. Macht Beauty-Days, wie auch immer. Macht das, wo nach euch einfach ist und wie ihr euch am besten wohl fühlt. So entwickelt ihr auch Selbstliebe. Wenn ihr euch an eurem Körper wohl fühlt, dann ist das schon ein ganz, ganz großer Schritt dahin, finde ich. Esst gesund. Eat healthy. Macht Sport. Tut etwas für euch. Dann entwickelt sich das Ganze von selber. Ich finde, dazu kommt dann auch, dass man selbstbewusster wird einfach, weil man sich selber in seinem Körper wohlfühlt. Und das ist auch okay, mal Tage zu haben, wo man nicht 100% gibt. Manchmal fühlt man sich einfach nicht danach. Oder manchmal fühlt man sich auch einfach nicht gut. Und das ist auch okay. Jeder hat solche Tage. Ich finde das einfach ganz wichtig, sich vor Augen zu halten. Manchmal kann man einfach nicht wirklich 100% geben. Und das ist halt auch wichtig zu sagen, weil man fühlt sich manchmal doof, wenn man nicht alles das schafft, was man machen möchte. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, schreibt euch To-Do-Listen. Weil wenn ihr die am Ende des Tages abhaken könnt, dann fühlt ihr euch wirklich gut. Schreibt am besten immer nicht zu viele Punkte auf eine To-Do-Liste für die Sachen, die ihr am Tag geplant habt. Weil sonst seid ihr nachher frustriert, dass ihr nicht alles geschafft habt, was ihr euch vorgenommen habt an dem Tag. Aber ich meine, das ist auch schon so ein Punkt, finde ich, dass man stolz auf sich selber ist und sagt, ich habe heute das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich finde, das gibt einem selber auch schon mal ein gutes Gefühl, auch für sich selber innerlich. Und ich mache das ganz oft einfach auf dem Handy in meine Notizen, schreibe ich mir meine To-Do-Listen für den Tag, was ich schaffen möchte. Und ja, manchmal hat man solche Tage, da schafft man eben nicht alles. Manchmal schreibt man sich zu viel auf, erhofft sich mehr, aber im Endeffekt schafft man es dann doch nicht. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Man sollte sich nur einfach Ziele setzen. Jeder hat Tage, wo er es nicht kann, aber es gibt auch Tage, da läuft es einfach richtig gut. Aber ja, wie gesagt, man muss nicht immer 100% geben und das ist auch okay so. Was auch sehr, sehr wichtig ist, wozu wir alle sehr, sehr neigen, glaube ich, ist, dass wir uns viel mit anderen Menschen vergleichen. Ich werde jetzt meine Augenbrauen machen mit dem Catrice Cosmetics. Augenbrauenstift in der Farbe 30, glaube ich, ist das. Nee, 040, Cool Brown, ist mein Lieblings-Augenbrauenstift. Wozu wir alle sehr, sehr neigen, ist, glaube ich, sich mit anderen zu vergleichen und zu gucken, was die zum Beispiel in unserem Alter erreicht haben oder was wir gerne erreichen wollen. Was sehr, sehr wichtig ist, finde ich einfach, man kann sich mit anderen vergleichen, aber man sollte es nicht immer tun, wisst ihr? Ich glaube, jeder tut es, deswegen, man sollte sich mehr auf sich selber fokussieren und auf die Ziele, die man im Leben hat. Man sollte nicht immer auf das gucken, was andere machen quasi. Jeder, finde ich, hat seine eigene Laufbahn, sag ich mal, wie, wann er was erreicht. Und glaub mir, wenn du dich auf dich selber fokussierst und das tust, was dich weiterbringt im Leben und nicht immer auf das guckst, was andere machen. Was ganz schlimm ist, eifersüchtig auf andere sein. Jeder ist auch mal neidisch und denkt sich, ja, oh, ich hatte das auch gerne oder so. Aber ich finde, das sollte nicht so bösartig sein, wisst ihr? Man sollte einfach sich nicht bösartig irgendwie vergleichen oder neidisch sein oder wie auch immer. Das Ganze sollte eher so ein Ansporn sein für dich selber, auch zu sagen, oh, ich möchte das auch und ich schaffe das auch. Ich möchte das auch erreichen und ich werde mich dafür anstrengen. Das ist so ein Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist und wo man sich auch darauf fokussieren sollte. Das ist so dieser Selbstfokus. Du legst halt den Fokus wirklich auf dich selber. Das darf man nie aus den Augen verlieren. Man darf sich halt wirklich nicht zu viel einfach mit anderen vergleichen. Jeder kommt an das Ziel, das er erreichen möchte, wenn man nicht aufhört, wenn man einfach weitermacht. Wenn man das tut, was man gerne machen möchte. Das bringt einen weiter. Du musst immer einen Schritt näher kommen, auch wenn du halt manchmal langsamer vorankommst. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil im Endeffekt selbst kleine Schritte zu deinem Ziel sind auch Schritte dorthin. Das ist so, selbst wenn du kleine Schritte voran machst, ist es so, dass du irgendwann dein Ziel erreichen wirst. Und mal sind deine Schritte größer und mal sind sie kleiner. Aber jeder fängt klein an. Man darf auch nicht aufhören, irgendwie an sich selber zu glauben, finde ich. Das Ganze wirklich in Angriff zu nehmen. Oder zu denken, man schafft es nicht. Weil wenn du anfängst, an dir selber zu zweifeln, dann werden dich auch andere nicht mehr so wahrnehmen. Deswegen glaubt immer an euch selber. Selbst wenn ihr innerlich manchmal euch nicht 100% fühlt oder selbst wenn ihr manchmal nicht 100% geben könnt, dann versucht es nach außen hin nicht so wirklich auszustrahlen. Wirkt stark. Wirkt auf andere stark. Das hilft einem im Kopf auch sehr, sehr viel selber weiter, weil dadurch redet man sich das, finde ich, selber ein. Und das Wichtigste ist auch, glaube ich, das Mindset einfach, was man sich selber so aneignet. Ich meine, wenn du immer negativ gestimmt bist, immer denkst, du schaffst das nicht oder immer eine schlechte Einstellung gegenüber dem Leben hast und deinem eigenen Leben, dann kommt man auch nicht wirklich voran. Das ist so das Wichtigste, glaube ich. Alles beginnt halt im Kopf und dass man wirklich an sich selber glaubt und immer sein Ziel vor Augen hat, was auch das Selbstbewusstsein irgendwo ausmacht. Du musst dir ja dein Selbstbewusstsein und auch das, was du kannst, an dich glauben. Das sind so Sachen, die halt sehr, sehr wichtig sind. Du musst auch mal dir eine Pause gönnen und Sachen tun, die dir einfach Spaß machen. Lies ein Buch oder beschäftige dich einfach mit den Sachen, die dir Spaß machen. Geh zum Sport, aber verliere nie, niemals deine Ziele aus den Augen. Das, was du dir setzt, das kannst du auch schaffen und glaub an dich selber und dann werden das auch andere tun, finde ich. Lass dich nicht von anderen runter machen. Es gibt manche Menschen, die haben so, wie gesagt, von Grund auf ein schlechtes Mindset und sind einfach negativ gestürmt, ziehen dich runter. Und ich finde, das strahlt auch dieses Toxische aus, dieses Toxic People. Wenn Menschen, die versuchen, ein schlechtes Mindset zu vermitteln, dann stimmt was mit denen selber nicht und sie müssen an sich selber arbeiten. Und auch wenn sie irgendwie euch schlecht darstellen oder so und ihr im Endeffekt gar nichts richtig dafür könnt, wie deren Einstellung ist, dann liegt es an ihnen und nicht an euch. Und ihr müsst euch dann auch wirklich keine Vorwürfe machen, sag ich mal, dass ihr irgendwie schlecht seid oder so oder weiß ich nicht. Dann stimmt irgendwas mit denen nicht und nicht mit euch. Ich werde jetzt eben meine Wimpernzangen heiß machen, damit ich meine Wimpern schon mal hochbiegen kann. Und dann beginne ich mit dem Augenmakeup. Diese Seite habe ich schon hochgebogen. Jetzt mal diese Seite. Perfekt. Wimpern habe ich auch hochgebogen. Also ich mache jetzt weiter mit der Eyeshadow Palette von Revolution. Findet ihr auch bei Osman. Naja, auf jeden Fall war ich stehen geblieben damit, dass ihr halt nicht jedem gefallen werdet oder nicht jeder wird euch immer mögen. Das ist auch okay so. Es wird einfach immer Menschen geben, die euch halt nicht nichts gönnen oder euch einfach nicht mögen, eifersüchtig auf euch sind, auf das, was ihr tut oder auf das, was ihr macht. Und solche Menschen wird es einfach immer geben. Aber ich finde, auf sowas darf man einfach nicht hören. Ich mache das jetzt so, dass ich hier mein Auge einmal komplett mit diesem hellen Ton, ich benutze den hier, und das mache ich jetzt einfach erst mal auf mein Auge als Grundierung quasi. Also man darf einfach nicht immer auf die Meinung von anderen Menschen hören. Ihr müsst einfach euch selber treu bleiben. Ihr müsst nicht darüber nachdenken, was andere davon halten oder denken, weil im Endeffekt müsst ihr euch selber damit wohlfühlen und selber glücklich damit sein irgendwo. Also ich suche gerade mal so einen Ton. Ich probiere es einfach mal, glaube ich, mit dem hier. Und ich benutze, glaube ich, jetzt meinen Finger. Das ist so ein Goldton. Den mache ich jetzt ganz am Ende von meinem Auge hin. Aber ich glaube, der ist so hell. Ich probiere es mal mit dem braunen hier. Mit dem hier, was ich so außen hin mache. Das kommt dem ganzen Hörschonier. Ja, benutze jetzt das braunen und mache das hier außen auf mein Augenlid mit meinem Finger. Da gibt es auch. Das Ganze mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite. Naja, auf jeden Fall müsst ihr euch immer vor Augen halten, dass es nicht jedem passen wird, was ihr tut oder was ihr macht. Und ihr müsst aber für euch entscheiden, weil das ist euer Leben. Ich weiß, das wird oft gesagt, aber es ist ja so. Es ist wirklich euer Leben und ihr müsst glücklich damit sein. Und ihr müsst mit euren Entscheidungen happy sein, mit dem, was ihr tut. Weil im Endeffekt nachher seid ihr sonst unglücklich, weil ihr etwas nicht getan habt. Nur weil ihr auf jemand anderen gehört habt. Auch mal einfach, was ich am Anfang gesagt habe, das zu tun. Bevor ihr vielleicht Angst habt, aber ihr wollt es nur ausprobieren. Und ich meine, jeder kann scheitern. Ich mache jetzt vorne, gehe ich in die Mitte mit Gold. Auch wieder mit meinem Finger. Trag das hier jetzt so in die Mitte auf. Aber nachher seid ihr sonst traurig, dass ihr etwas nicht getan habt. Und bereut das vielleicht später. Ich denke immer so, dass man mit, keine Ahnung, wenn man später auf sein Leben, wenn man alt ist, zurückschaut. Und sich denkt, wow, was habe ich alles erlebt oder was habe ich alles getan. Und nicht so, wow, was hätte ich alles erleben können. Oder was hätte ich alles machen können, als ich damals noch jung war. Beziehungsweise als ich noch die Kraft dazu hatte. Wenn man so auf sein Leben schaut, finde ich das eher traurig. Als wenn man sich denkt, wow, was habe ich nicht alles getan. Und was habe ich nicht alles ausgenutzt und erlebt und gemacht. Und ich finde das auch wirklich, wirklich wichtig. Ich finde, das muss man auch immer irgendwie berücksichtigen. Wie werde ich später auf mein Leben zurückschauen? Bin ich glücklich damit, wie ich mein Leben gelebt habe? Weil, wie gesagt, ihr seid nur einmal auf dieser Welt. Ihr habt nur einmal dieses Glück quasi zu leben. Und das zu machen, was euch gefällt. Ich werde jetzt hier vorne diesen mittleren, helleren Ton hier nehmen. Den hier. Auch mit meinem Finger rein, damit das hier heller wird. Aber ich glaube, ich muss das gleich mit einem Pinsel machen. Weil ich glaube, Make-up-Artists versuchen nicht gerade, dass ich das mit meinen Fingern mache. Und das jetzt mit dem Pinsel mal den helleren Ton auftragen. Dann werde ich jetzt meinen Eyeliner ziehen. Ich werde jetzt mit dem Super Liner von L'Oreal, den ich auch in meinem Eyeliner-Tutorial benutzt hatte, das ist mein liebster Eyeliner, damit werde ich jetzt meinen Gliedstrich ziehen. Ich fange in der Mitte an. Ich bin immer so konzentriert, wenn ich meinen Eyeliner ziehe. Ich versuche das immer so gut wie möglich hier zu machen. Ich korrigiere das Ganze mit einem Wattestäbchen. So, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut so. Dann machen wir die andere Seite. Ups. Guckt mal, Leute, was gerade passiert ist. Ich glaube es nicht. Immer das Struggle damit, dass der Eyeliner halt gleich werden soll. So, dann noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. So, Eyeliner habe ich jetzt gezogen auf beiden Seiten. Jetzt bessere ich hier hinten noch ein bisschen den braunen Lidschatten nach, den dunklen. Das ist auch wirklich so. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Es ist aber noch nicht ganz ready. Ich mache hier noch oben ein bisschen golden. So, und dann starten wir. Ich glaube, ich muss den Eyeliner noch ein bisschen weiter nach unten ziehen. Ein ganz klein wenig. So, ich habe den jetzt noch ein bisschen weiter nach unten gezogen. Dann verwende ich so einen silbernen, long-lasting Stift von Essence und ziehe halt im Augeninneren einen Katzen-Augen-Effekt quasi. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Man sollte auch einfach sich selber wertschätzen und seinen Wert auch kennen. Ich werde das Ganze jetzt mit Grün und so ein... Das ist so ein Lidschatten hier, den ich benutze von Art Deco. Damit werde ich jetzt das untere Augen, den unteren Augenbereich hier unterm Auge nach schminken, hoffe, dass es gut wird. Ich bin gerade echt konzentriert heute, deswegen rede ich gerade nicht so viel. Aber ich finde, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich werde jetzt nochmal aus dieser Revolution-Palette den Grünton hier. in der Mitte benutzen, um auf der Wasserlinie hier unten sozusagen einen Kajal-Strich zu ziehen, aber in Grün. Die Lidschatten. Ich versuche hier, dieses Bild vom Pinterest nachzustellen. Dann benutze ich jetzt nochmal diesen long-lasting Kajal, um das Ganze ein bisschen zu schwärzen. Auch auf der Wasserlinie. Gehe nochmal ein bisschen mit dem Grün. Hier dazu noch ein bisschen hier den hellen Lidschatten rein. Damit das Ganze hier auch schön hell ist am Augenlid. Etwas Highlighter von Sleek benutze ich den. Den mache ich auch ins Augeninnere. Damit das Ganze auch schön hellenzt hier. Hier außenrum machen wir nochmal ein bisschen Raum. Am äußeren Eyeliner mache ich das jetzt. Aber ja, abschließend zu dem Thema kann ich euch sagen, tut das, worauf ihr Lust habt. Fixiert euch auf euch selber. Verfolgt eure Ziele. Macht das, was euch glücklich macht. Hört nicht auf andere. Ich klebe mir jetzt noch Wimpern auf, hinten am Wimpernkranz. Das sind die Kiss Lashes in Pompadour. Die klebe ich jetzt noch. Aber nur hier hinten. Ich schneide mir die immer zurecht. Damit das so ein bisschen so einen Cat-Eye-Look-Effekt hat. Ich mache das eigentlich immer. Dass ich hinten halt Wimpern klebe. So. Jetzt noch auf der anderen Seite. Ich klebe die immer so ein bisschen schräg nach außen hin. Damit ich halt wirklich diesen Katzen-Augen-Effekt habe. Jetzt verwende ich noch die Glam & Doll Mascara von Catrice. Meine Wimpern hier zu tuschen. Meine inneren Wimpern. Da, wo keine geklebten sind. Aber ich tusche sie auch da ganz bisschen, wo ich halt Wimpern geklebt habe. Damit die halt nicht auffallen und einheitlich aussehen mit den Wimpern, die ich halt geklebt habe. Damit die halt auch geschwärzt sind. Ich tusche die aber nur ganz leicht. Also nur so ganz bisschen unten. Dass man sie halt nicht sieht. Und dann noch meine unteren Wimpern. Dann drücke ich das hier noch so ein ganz bisschen zusammen. Drücke halt die Wimpern hinten hoch. So, ich habe ein bisschen geschmiert. Das Ganze machen wir sauber. Und gehe nochmal mit dem Pinsel etwas drüber. Bis es nicht auffällt. Ganz zum Schluss. Was heißt ganz zum Schluss? Nachdem ich, bevor ich halt noch den Lippenstift drauf mache, mache ich noch etwas Highlighter unter meine Augenbrauen. Dazu benutze ich den Sleek Highlighter hier. Und mache das Ganze so ein bisschen glowiger. Über dem Lippenkranz noch. Mein Augenmakeup ist fertig. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr könnt das gut sehen. Das ist halt dieser so ein Green Eyeshadow Look. Weil ich hier unten halt so ein Grün gemacht habe. Mit grünem Lidschatten. Und ich finde das sehr, sehr schön. Das ist wirklich gut geworden. Zum Schluss verwende ich jetzt noch meinen Manhattan Lip Liner. Und male meine Lippen etwas nach. Dann verblende ich meinen Lip Liner. Und mache jetzt den Gloss drauf. Ich benutze den Lifter Gloss von Maybelline. Den mache ich jetzt noch drauf. Das ist mein Lieblings Gloss. Ich verwendet eigentlich immer. Der riecht so, so gut, Leute. Der riecht echt mega. Und mein Fixing Spray. Das MAC Fix Plus. Und ja, Leute. Ich zoome euch mal wieder ein bisschen aus. Das habe ich mir, obwohl einmal näher ran, damit ich euch den Look so einmal zeigen kann. Das ist der fertige Look. Ich hoffe sehr, dass euch das Ergebnis gefällt und ich euch ein paar Tipps geben konnte. Beziehungsweise eine Make-up Inspiration sein konnte. Und ja, ich habe ein bisschen mit euch gequatscht über das Thema Selbstbewusstsein, Selbstentwicklung. Ich kann euch nur auf den Weg geben. Tut das, was ihr gerne tun möchtet. Das ist euer Leben. Hört nicht auf das, was andere sagen. Fokussiert euch auf euch selber. Kommt euren Zielen immer etwas näher. Es ist nicht schlimm, auch mal irgendwie Downs zu haben. Oder nicht 100% geben zu können. Jeder hat das mal. Ja, ich hoffe sehr, dass euch das Thema etwas motivieren konnte. Und gebt nicht auf, an euch weiterzuarbeiten. Die beste Version von euch selber zu werden. Denn das ist das Ziel dahinter. Und immer schön selbstbewusst aufzutreten. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich werde euch alle Make-up Produkte unten in der Infobox verlinken. Und ich hoffe dann bis zum nächsten Video. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bye-bye.